Beim Umgang mit CMR-Arzneimitteln kann es leicht zu ungewollten Verschleppungen durch kontaminierte Schutz- oder Arbeitsmittel kommen. Um diese Kontaminationen aufzuspüren, bieten wir das Zytostatika-Wischproben-Set Pharma-Monitor an. Berner International entwickelte es gemeinsam mit dem Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. Mit dem Pharma-Monitor können schnell und sicher Verunreinigungen durch CMR-Arzneimittel nachgewiesen werden. Regelmäßiges Monitoring hilft beim Aufdecken und Abstellen von möglichen Schwachstellen in Ihrer Produktion. Es gewährleistet somit die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Produkte.